Hallo, willkommen zu einem weiteren Letzt-Tutorial von mir Tom Sawyer und das ist der zweite Letzt-Tutorial und jetzt, heute zeige ich euch wie ihr Portale bauen könnt. Ist ganz easy, dazu braucht ihr einfach Obsidian und natürlich Feuerzeug. So, ist ganz einfach, also ich habe das am Anfang auch nicht gewusst, wie das geht, aber jetzt weiß ich es ja und jetzt kann ich es euch ja vorstellen, ne. So, ihr macht einfach mal jetzt so hier, dass es so hoch geht. Es muss da so eine kleine Öffnung drin sein. So, wenn das so ist, tut ihr einfach mit dem Feuerzeug hier drauf. So, habt ihr gleich mal euren Portal. Jetzt könnt ihr da reinjumpen. Ja. Und jetzt kommt ihr gleich auf, also in dieser Welt da an. Jetzt hängt das dort. Weil immer wenn ich in diese Welt komme, dann hängt das irgendwie so. Ich weiß auch noch, was da los ist immer. So, dann gehen wir lieber in ein Portal rein. Damit ich keinen Scheiß-Letzt-Tutorial hab. Seht ihr? Jetzt läuft das alles wie geschmiert. Aber wenn ich immer in dieser Welt bin, dann ist das richtig Scheiß-Grafik. Also... Ja. Wenn ihr eine Idee habt, wie ich das ändern könnte, dann schreibt es mir bitte. Weil es wäre eine gute Lösung, wirklich. Und ja. Ja, das war mein Letzt-Tutorial. So wird da ja ein Portal gebaut. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Und ja, bis zum Letzt-Tutorial 3. Goodbye.